SWR 2 Treffpunkt Klassik extra am Mikrofon begrüßt sie Burkhard eckdorf und ich begrüße vor allen dingen auch meinen heutigen studiogast es ist harald hobelsberger er ist von hause aus ingenieur und dann leiten sie eine schule für kümatik in hirschhorn am neckar schön dass sie da sind ja ich grüße sie auch und auch die hörer des swr herr hobelsberger was ein ingenieur ist das weiß man so ungefähr was ist kümatik wenn sie das in ein zwei sätzen formulieren können ja jetzt habe ich gleich die ganz große aufgabe am anfang in ein zwei sätzen es wird sehr schwierig aber ich würde mal sagen es geht um klänge es geht um töne und auch um beobachtungen in der natur und naturprozesse könnte man sagen kümatik ist die visualisierung auch von klängen ja damit bin ich nur ganz eingeschränkt einverstanden das ist vielleicht ein prozent und ich denke wir versuchen heute auch in der sendung die restlichen 99 prozent zumindest mal zum klingen zum anklingen zu bringen sie haben jetzt eine musikauswahl mitgebracht die mit mozarts jupiter sinfonie losgeht also wir befinden uns hier in unserem sonnensystem die musikauswahl selbst haben nicht nur sie zusammengestellt sondern auch kolleginnen und kollegen ja genau also wir werden heute einen ganz großen blick machen in die sterne und dann auch bis ins ganz kleine die musikauswahl selbst das war für mich auch so eine kleine herausforderung ich habe meine meine kollegen von der schule für kümatik eben gebeten mir ein bisschen was zuzuwerfen um da wirklich auch einen schönen blumenstrauß an musik ihnen anbieten zu können wir werden jetzt einsteigen mit dem beginn des finalsatzes der jupiter sinfonie in einer aufnahme späten aufnahme von nicolaus hanaukur der ja auch die späten sinfonien in konzerten dirigiert hat kurz vor seinem lebensende und zwar mit dem konzentus musikus wien so weit dieser unglaubliche finalsatz aus mozarts zidur sinfonie köchel verzeichnis 551 interpretiert vom konzentus musikus wien unter der leitung von nicolaus hanaukur wir gehen hier raus aus diesem satz der ja in so einer großen apotheose endet weil wir einfach noch so viel musik haben die und diese musik hat heute harald hobelsberger mitgebracht erst leiter der schule für kümatik in hirschhorn am neckar das universum und wir erden bürger und die pflanzen und die tiere unterliegen ja naturgesetzmäßigkeiten die uns alle verbinden also da sind wir eigentlich schon wieder fast bei alexander von humboldt der gesagt hat alles steht in beziehung alles ist in beziehung und das glaube ich ist das große band dass wir suchen die erkenntnis nach den zusammenhängen und ich habe mozart rausgesucht mozart ist 1756 geboren das gleiche ja wie ernst florenz friedrich klatny nach dem klatny ist ein asteroid und ein mondkrater benannt also der hat sich beschäftigt einerseits mit der visualisierung von klängen was ich anfangs ja schon mal angesprochen hatte und aber auch mit der erforschung des weltraums zeitgenosse von lichtenberg auch gewesen ja goethe zeit ich glaube dass goethe so eine zentrale figur gewesen ist ja für rudolf steiner aber auch in dieser ganzheitlichen betrachtungsweise bevor wir jetzt auf die kümatik im engeren sind ja sie haben sie haben da schon ganz interessante fäden heraus gewoben also rudolf steiner hat die goethe gesamtausgabe herausgebracht er hat auch die arbeitsweise von goethe zur methode erhoben zum goetheanismus was ganz besonders ist dass klatny eben auch mit goethe im zusammenhang war also klatny war ein ganz findiger mensch er war sehr im forschen auch drin und womit er die menschen sehr stark angesprochen hat und auch in erstaunen versetzt hat war eben das phänomen das ihnen gezeigt hat wenn man eben eine dünne platte nimmt und diese platte bestreut mit pulver mit feinem sand und dann mit einem geigen oder cellobogen an der seite anstreicht dass dann eben dieses pulver in bewegung gekommen ist und aus der bewegung heraus in eine ordnung und dann sind eben sehr interessante sehr filigrane strukturen entstanden muster die sogenannten klatnischen klangfiguren und er war der erste der eigentlich gezeigt hat dass das hören und das sehen in einem zusammenhang steht wenn es um die töne und um die klänge geht er hat es vielen gezeigt unter anderem war er auch in korrespondenz mit goethe und was wir von goethe kennen ist die farbenlehre die relativ bekannt ist aber die tonlehre von goethe ist relativ unbekannt und goethe hat ihn da auch ganz stark zugesprochen goethe selbst war ja ein meister darin dass er nicht einen zustand sich angeguckt hat sondern er wollte ja nicht eine sache ganz genau angucken das war ihm ja zuwider sondern er hat immer die perspektive gesucht von etwas weiter weg aber das große anschauen das heißt es geht da tatsächlich um die schöpfung immer bei ihm und um das werden also metamorphose ist da ein stichwort genau die metamorphose und die steigerung und er hat ja deutlich aufgezeigt dass wir in einer polarität auch uns angucken können die naturerscheinungen die phänomene und aus dieser polarität heraus eben dieser entwicklungsgang hervorgeht wenn wir jetzt von einem planeten zum mond kommen also ludwig van beethoven diese mondschein sonate der langsame beginn ist das jetzt ein assoziatives musikstück was zum thema weltraum passt oder warum ist das ausgesucht worden oder vielleicht haben sie es sogar selber ausgesucht herr hobelsberger das hat jetzt mehrere punkte auf der einen seite ist natürlich beethoven auch ein zeitgenosse wo wir uns gerade drin befinden oder bewegen auf der anderen seite haben wir die mondschein sonate auch visualisiert jetzt sind wir noch mal bei der darstellung der künstler und wissenschaftler atmani der auch kymatik forscher ist der hat eine mathematisch wissenschaftliche methode entwickelt die sogenannte tonkreis bildmethode und da war das eben auch ein stück was wir uns angeguckt haben um eben in einer art bildprojektion die verhältnisse die wir in den tönen wiederfinden anschaubar machen zu können und da habe ich ihnen das auch mitgebracht erzählen sie zuschauer leider nicht aber vielleicht können sie es beschreiben es ist eine stelle aus der mondschein sonate und wir werden da ganz stark von den formen auch das sind kreisformen die sich aus lauter einzelnen punkten zusammen formen und in der mitte einen hellen kreis bilden und einen ja sind glaube ich zwei kreise die die da zusammenkommen und es gibt eine schnittmenge wenn man das so betrachtet auf blauem hintergrund die goldenen punkte drauf dann ist das erst was einem ins auge springt eigentlich das symmetrische ja ich denke für den musiker ist es ein deutliches erleben eigentlich wenn er dann eben musiziert dass er diese harmonien auch erlebt er kann die erleben ich habe mit vielen musikern gesprochen die auch gesagt haben an zentralen stellen kann man die idee des komponisten in kontakt kommen und auch die formen erscheinen dann gar nicht so neu sondern hat die schon mal irgendwo mit denen schon mal in kontakt gekommen das spannende oder das interessante an der tonkreis bild methode ist dass sie für sich alleine gar nicht stehen mag sondern sie ist ein teil geworden eines neuen instrumentes der sogenannten licht orgel da kommen wir aber später bei den haben da kommen wir noch mal das genau ja ja soweit der beginn der mondschein sonate der erste satz gab der sonate opus 27 nummer 2 in den etwas volkstümlichen namen wir hörten wladimir horowitz mich würde interessieren ob man dieser musik ihrer meinung nach anhört dass es sozusagen eine kosmische dimension hat also ich würde mal sagen eigentlich jede musik ist eigentlich aus der kosmischen sphäre heraus also zumindest beeinflusst oder auch entsteht dadurch also wir kennen das von pythagoras der von den sphären harmonien gesprochen hat der gestirne nicht die stirne und genau das ist ja etwas was in der kümatik eben auch uns anschauen wie weiter das hier auf der erde in den substanzen in den formen wie weit wird es in der natur in der schöpfung wiederfinden also die entsprechung die finden wir vom im größten wie im kleinsten also das ist alles in einem deutlichen zusammenspiel und in der kümatik haben wir natürlich auch einen ganz starken blick auf die formen der andere aspekt es war mal vorher kurz bei der polarität bei goethe wer dann die bewegung dr hans jenny hat eben auch diese aspekte deutlich herausgearbeitet in seinem lebenswerk er war ja auch der namensgeber der kümatik aus dem griechischen kümmer die welle und damit kommen wir dann eigentlich auch schon auf den dritten beide pole verbindend eben den rhythmus dr hans jenny ist ein schweizer forscher gewesen und ich hatte vorhin erwähnt dass man im internet sogar so einen vortrag erleben kann wo er mit verschiedenen materialien bis zum bärlauchpollen fantastische bilder liefert wie substanzen auf klänge reagieren und sich ordnen ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz auf klatten zurückgehen klatten hat es ja vorgestellt und er hat es den verschiedensten menschen vorgestellt unter anderem auch napoleon und napoleon war auch ganz angetan von diesen klattischen klangfiguren aber war auch sehr unzufrieden er hat gesagt er möchte das verstehen möchte eine erklärung für diese figuren die da da sind und hat dann einen preis ausgelobt und es war damals dann so dass eben eine mathematikerin eine frau unter einem pseudonym eine mathematische erklärung eingereicht hat und diesen preis gewonnen hat und diese dame frau sophie charmant hat eben unter einem pseudonym august antoine leblanc diese erklärung geliefert die mathematische jetzt könnte man ja fast meinen na gut jetzt sind wir irgendwo auch beruhigt diese formen entstehen die klattischen klangfiguren wir wissen auch wie das geht das ist leider nicht passiert sondern wir kennen eigentlich nur die mathematische beschreibung der form und ein paar jahrzehnte später hat der physiker michael faraday sich auch dieses phänomens wieder angenommen und er hat dann sehr sehr feines pulver genommen ist das der mit dem käfig ja ja genau das war aber ihn haben die klassischen klangfiguren eben auch sehr stark angesprochen und er hat folgendes entdeckt er hat entdeckt wenn er sehr feines pulver nimmt dass es gar nicht die platte ist die verantwortlich ist für die entstehung der figuren sondern die luft jetzt könnte man ja wieder an den punkt kommen sagen wunderbar jetzt hat endlich faraday geschafft wir wissen die luft ist ja entscheidend an der formgestaltung und nachdem er dann jahrzehnte später in der lage war durch die technik eben auch die luft rauszunehmen also hat das ganze dann im vakuum gemacht hat man festgestellt die formen entstehen immer noch aber in einer sehr zurückgehaltenen art und weise das heißt wir kommen da in der chromatik kommen wir in der beschäftigung mit dem ton mit den formen mit der bewegung kommen wir an einen punkt wo wir eigentlich ja mit vielen fragen uns konfrontieren dürfen wir haben also festgestellt dass werden wir ein phänomen ein experiment oder in der natur vor uns haben dann können wir die form finden den gegen den form aspekt aber auch den bewegungs aspekt den anderen pol dort wo ein pol verschwindet vollkommen wo wir keine form mehr haben ist das ganze phänomen verschwunden und diese beiden pole form und bewegung wird verbunden durch den rhythmus und das hat dr hans jenny in der beschäftigung er hat natürlich angefangen mit den klassischen klangfiguren aber hat dann genau an der stelle hat er angesetzt und dr hans jenny war auch künstler er war auch maler stundenlang hat er mit der familie in der natur die tiere beobachtet und hat dann diese tierbilder gemalt also dieses malen die kunst das erfassen der phänomene über die kunst ist ein ganz wesentlicher punkt in der kümmatik und atmani hat das ergriffen und hat daraus das weiterentwickelte kümmatik zu einem wissenschaftsansatz atmani ist ein zeitgenosse jetzt haben sie die tiere erwähnt und wir haben als nächsten musiktitel den psalm 42 wie der hirsch schreit nach frischem wasser das ist auch das eingangsstück das ist eben für suli chor und orchester von felix mendelsson batoldi wir werden jetzt eine aufnahme hören mit der gechinger kantorei und dem bach kollegium stuttgart unter der leitung von helmut rilling der eingangschor zum psalm 42 wie der hirsch schreit nach frischem wasser von felix mendelsson bartoldi interpretiert vom bach kollegium stuttgart und der gechinger kantorei unter der leitung von helmut rilling und das ist der dritte wunsch meines heutigen studiogastes harald hobelsberger der auch kolleginnen und kollegen wünsche mit integriert hat in diese sendung denn harald hobelsberger ist leiter der schule für kümmatik in hirschhorn und ingenieur gibt es eine normative seite in dem was sie lehren also in der kümmatik kann man das ganz deutlich verneinen also wir stellen da keine normen auf sondern es geht in der kümmatik darum dass man vorbehaltslos sich erstmal dem phänomen dem experiment dem was ich da zeigen möchte dass man sich dem nähert in dem moment wo ich etwas aufstelle in dem moment wo ich eine eigene haltung schon mal mitbringe unterbinde ich das letztlich da sind wir wieder so ein bisschen bei goethe der das ja auch schon mal deutlich angesprochen hat in seiner ausführung der versuch als vermittler zwischen objekt und subjekt dass es eine große herausforderung ist für denjenigen der ein experiment macht dass er eben diesen freiraum auch lässt und was ich auch noch mal deutlich aussprechen möchte ist dass in der kümmatik diese beschränkung auf die musik auf die töne auf die klänge ist gar nicht so gegeben sondern durch diesen wissenschaftsansatz können wir die gesamte schöpfung uns angucken das heißt wir können in phänomenen können wir uns anschauen wo zeigt sich dieser aspekt also bis zum bau des menschen wer kommt denn zu ihnen in die schule also das ist natürlich auch ein ganz bunter blumenstrauß an menschen ich greife es noch mal ein bisschen zurück auf das jahr 2014 atmani hat als initiator den welt kümmatik kongress ins leben gerufen den haben wir 2014 im november in allerheiligen gar nicht so weit von hier durchgeführt und da waren ungefähr 200 menschen vier tage lang zusammen es gab knapp 20 dozenten aus der ganzen welt und haben ihre bereiche vorgestellt wir möchten nicht bloß irgendwie reduzieren sondern wir wollen eigentlich zum experimentieren zum forschenden untersuchen einladen und in folge dieses welt kümmatik kongresses nach diesen vier tagen war es deutlich dass diese arbeit weitergehen soll und daraus ist dann die schule für kümmatik entstanden und eingriff ist eigentlich dass wir nicht warten dass die menschen jetzt zu uns kommen bis sie jetzt hier schon finden am neckar so schön wie es auch ist sondern wir reisen jetzt seit ungefähr zwei jahren reisen wir haben begonnen in hamburg bei mensch musik in hamburg wir haben einen vortrag entwickelt der auch einen ganz großen praxisteil hat wie der klang die welt gestaltet und da sind wir jetzt schon an diversen stellen gewesen wir waren jetzt auch im sommer in der schweiz also wir reisen da und bieten das an um selbst dann eben auch nicht nur zu hören sondern selbst auch ins experimentieren ins eigene tun zu kommen und es wird sehr gut angenommen geht es denn dabei auch darum wie ich mich sozusagen bewusst in diese klangwelt stelle also das ist ein ganz interessanter punkt wir kennen das von heisenberg heisenberg hatte in seiner unschärfere relation ausgesprochen dass es ohne den beobachter gar nicht geht in dem moment wo ich hingucke ändert sich etwas und ich stärker ich hingucke desto deutlicher ist die änderung und das erleben wir auch in dem moment wo der mensch dabei ist und er ist ja dabei es genau genommen von anfang an dabei man überlegt sich was man überlegt sich ein aufbau man baut auf und das ist eigentlich der große schritt der noch fehlt nämlich nicht zu denken in dem moment wo ich jetzt einen schritt zurück gehe nehme ich den menschen raus ich kann den menschen nicht herausnehmen und wenn ich versuche die welt zu erforschen die phänomene zu erforschen bin ich als mensch ein teil davon gehen wir mal zur nächsten musik tchaikovsky fünfte sinfonie mit der am anfang gar nicht zufrieden war weil er selber als dirigent das offenbar nicht so rüberbringen konnte in petersburg sie haben jetzt eine interpretation ausgesucht des walzers die maßgeblich von einem menschen mitgeprägt wurde theodor korenses das ist eine aufnahme mit dem swr symphonieorchester in stuttgart gab es eine live aufführung im dezember und ja dieser mensch theodor korenses bringt offenbar wahnsinnige energie hinein in dieses kollektiv des orchestras wenn man jetzt mal das beispiel der töne und der sagen wir mal eisenspäne aufgreift dann bringt theodor korenses diese verschiedenen individuen in eine neue ordnung hinein also das ist jetzt ganz interessant was sie beschreiben weil es trifft ja genau das was auch heißenberg gesagt hat oder was wir aus der kümatik erkennen in dem moment wo ein mensch dazu tritt ändert sich etwas und in dem fall haben sie was ganz was schönes beschrieben es hat sich ganz stark intensiviert und jetzt können wir dieses schöne stück auch genießen an dieser stelle würde jetzt sofort in der aufnahme die wir hörten mit dem swr symphonieorchester unter der leitung des neuen chefs theodor korenses das finale folgen aber wir haben ja schon das schicksal eindringen hören in den walzer der dritte satz aus der fünften sinfonie in emol von peter tschajkowski war das und auch dies ein wunsch meines heutigen studiogastes harald hobelsberger der ingenieur ist und auch leiter der schule für kümatik in hirschhorn haben sie das gefühl oder ist das auch ein anspruch dass mit dieser schule eine sensibilität aufgebaut wird die dann zu einem ja was weiß ich nicht harmonischeren zusammenleben führen könnte oder ist es eigentlich mehr so ein staunen vor dem was sich an phänomenen zeigt also ich glaube der staunen ist das zentrale element also wenn wir das staunen verlieren dann haben wir sehr viel verloren ich denke damit kommen wir auf die welt wir wir gucken uns die welt an und wir sind erst mal ganz stark im staunen und das vielleicht auch wieder ein bisschen stück ein stück zurück zu gewinnen durch die kümatik was ganz entscheidend ist denn das heißt ja vor allem man ist offen man ist offen für die phänomene und bei den kindern da ist es glaube ich ein ganz entscheidender punkt dass man das eben auch pflegt wir sind da heute sehr schnell dran dass wir sagen wir haben schon mal irgendwas gesehen und wir sehen etwas ähnliches und sagen das kenne ich schon aber genau damit versperren wir uns eigentlich den weg für eine neue erfahrung und das kann man eben erleben in der kümatik sehr deutlich im eigenen experimentieren dass es eben gar nicht mechanistisch ist es ist gar nicht irgendwie so deutlich vorhersehbar und wenn ich mir eine eiche 20 mal wirklich angucke werde ich feststellen ich habe 20 verschiedene eichen angeschaut wir kommen jetzt zu etwa krieg in dem nächsten stück das glocke klang heißt also glocken geläute aus den lyrischen stücken opus 54 hören wir so eine art glocken studie ist ganz interessant und das hat irgendwie mit harmonischen romantischen fortschreitungen eigentlich gar nichts zu tun glocken klang glaube ich passt ganz gut denn es ist jetzt eigentlich was die klatnischen klangfiguren anbelangt auch in der zeit ziemlich ruhig geworden obwohl es am anfang für so großes staunen und begeisterung hervorgerufen hat war das dann irgendwann auch ein bisschen verebbt und genau in der zeit jetzt passiert eben etwas dass so eine ganz große glocke auch klingt und da gucken wir dann nach england nach dem stück da schwingt sie die glocke die etwa griech notiert hat wir hörten sie hat das lauf richter also ich habe ja angedeutet um die jahrhundertwende hat eine frau eine sängerin jetzt kommen wir zur stimme in england hat sich beschäftigt eine frau margaret was use und diese damit die war eben sängerin hat sich ausbilden lassen und die wollte ein instrument finden eine gerätschaft mit der sie ihre stimmschulung objektiv messen kann und dieses gerät hat sie nicht gefunden sie hat gesagt wenn sowas nicht gibt dann baue ich das selbst und sehr mit sehr einfachen mitteln erst mal hat sie ein krug ähnliches instrument entworfen mit einer röhre und einer membran oben dem sie dann den namen eidophon gegeben hat und da hat sie hineingesungen und da wollte sie sehen wie weit sich diese membran anhebt um ihre stimmen fortschritte eben zu messen und irgendwann ist es anscheinend geschehen dass sie so rein gesungen hat dass eine figur entstanden ist es ist eine figur entstanden und sie war ganz überrascht und sie hat diesen versuch dieses experiment wiederholt und es ist wieder diese figur entstanden und da war bei ihr das feuer entzündet und sie hat eben angefangen systematisch zu arbeiten mit dem eidophon sie hat dann auch 1904 eine schrift herausgegeben das eidophon voice figures und warum ich das jetzt auch in dem zusammenhang was jetzt angesprochen habe anführe sie hat nicht nur klatnische klangfiguren mit ihrer stimme entstehen lassen können sondern sie war irgendwann an einem punkt dass sie formen hat entstehen lassen können die deutlich an pflanzen oder bäume erinnern also die ähnlichkeit ist frappierend sie beschreibt das auch und das ist ein ganz interessanter prozess sie sagt nicht dass sie jetzt einen ton hinein singt oder eine tonfolge und dann entsteht dieses bild sondern es ist ein richtiger prozess da hatten wir vorher schon mal kurz darauf hingedeutet bei goethe dass sie sagt sie singt und sie verändert dass sie verändert es von der intensität her von der tonhöhe das ganze ist ein richtiger prozess entstehungsprozess und dann kommt ein ganz entscheidender moment dass in einem moment das ganze bild umschwingt und diese ganz explizite form zum beispiel eines baumes entsteht ja da kann man eigentlich nur staunen ja so etwas gibt in der klimatik kann man folgendes feststellen also wir sind sehr gewohnt als menschen dass wir vor allem erst einmal ganz das zentrum besetzen also ich nenne das jetzt mal das zentrum und nicht den umkreis wir sind ganz stark an einem punkt und von dem punkt aus arbeiten wir und in der klimatik selbst aber geht es darum und es sollte eigentlich immer darum gehen dass wir dieses zentrum erstmal frei lassen damit eben auch was entstehen kann dass vieles entsteht nicht aus dem zentrum sowohl bei dem eidophon eben wenn man hinein singt aber auch zum beispiel jetzt bei ganz technischen versuchen mit dem lautsprecher wo man dann eben sieht wenn man eben dieses auge schult dass nicht vom zentrum aus diese formen sofort entstehen was hat das jetzt mit groß auf mal das lied ich bin der welt abhanden gekommen zu tun also dieses lied habe jetzt ich ausgewählt und mich hat einfach ganz stark angesprochen auch die stimme von kasselin ferrier die hier singt und ein ganz interessanter querverweis ist dass das womit wir uns in der klimatik beschäftigen zum beispiel eben von einzelnen aspekten her in der italienischen gesangsschule inhalare la voce bereits bekannt ist nämlich die stimme anzusaugen also nicht aus dem kehlkopf heraus zu pressen ist eine sehr sehr gehobene ich denke auch sehr anspruchsvolle schule und kasselin ferrier selbst so verstehe ich das wenn ich mich damit beschäftige war in der lage sehr stark den raum zu füllen und heute sind wir sehr stark technisiert und das ist eigentlich sehr schade weil das erleben wenn man eben einen sänger erlebt der das kann es gibt eine andere sängerin eine schwedin frau werbeck swerström die mit rolof steiner sie uns vorher kurz angesprochen in kontakt war und auch mit ihm zusammen eine schule entwickelt hat eine stimmschule wo genau das entscheidend war und da sind wir wieder bei der kümatik dass es nicht eben nicht aus dem zentrum heraus entsteht sondern das zentrum frei gelassen wird und vielleicht ist da auch irgendwo der bogen vielleicht hat man zuerst das gefühl man ist der welt abhanden gekommen wenn man das zentrum aufgibt aber damit eröffnet man eigentlich wirklich die möglichkeiten und vielleicht muss ich da an der stelle um vielleicht noch mal diese brücke zu 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 bauen vielleicht muss ich ein bisschen abhanden mich abhanden gekommen fühlen das ist jetzt schon ein bisschen poetisch also die welt gibt es aber man selber kann sich als individuum aus dem zentrum nehmen ich muss mir halt überlegen wie stelle ich mich rein so Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin der Welt abhandengekommen von Gustav Mahler, aus den Rückert-Liedern Kathleen Ferrier sang und wurde, Sie haben es gehört, es war eine historische Aufnahme, begleitet von den Wiener Philharmonikern unter der Leitung von Bruno Walter, der ja Gustav Mahler gekannt, sehr gut gekannt hat. Das war ein Wunsch oder einer der zentralen Wünsche auch meines heutigen Studiogastes. Harald Hobelsberger, Schule für Kymatik in Hirschhorn am Neckar. Wir haben uns ja die ganze Zeit schon über Fragen unterhalten, die einerseits sehr theoretisch waren und sind und auf der anderen Seite aber auch sehr gut nachvollziehbar. Ich will gleich mal den nächsten Schritt machen zu Claude Bussy aus dem ersten Heft der Prélude, ein Stück über den Schnee, die Pars für la Nege. Wir werden dieses Stück nicht ganz hören, weil wir noch so viele Musikstücke auf der Liste haben, aber Schnee, Kristalle ist ja auch eine Sache, die für Goethe zum Beispiel wichtig gewesen sind. Ja, also wir sind jetzt wieder bei den Formen angekommen. Wir merken schon überall in der Natur, überall finden wir Formen auf, die uns sehr stark ansprechen, dass die Schönheit eine ganz zentrale Rolle spielt oder einnimmt. Und an der Stelle hier mit dem Stück, da haben wir natürlich wieder mehrere Ebenen. Auf der einen Seite eben das ist auch sich beschäftigen. Es gibt bestimmt auch die Möglichkeit, Zeit seines Lebens sich keine einzige Schneeflocke wirklich mal anzugucken, sondern auch dieses Hinschauen. Und auf der anderen Seite sind wir auch von unserer Zeitreise eben auch in der Zeit von Rudolf Steiner gelandet. Und Rudolf Steiner hat uns ja neben dem Goetheanismus als Methode, hat er uns auch andere Dinge geöffnet. So unter anderem zum Beispiel auch den Begriff des Äthers. Vorher war die Frage, wie entstehen diese Dinge, woher kommt es, bis zu was für einer Grenze müssen wir gehen, um dann eben auch bewusst über diese Grenze zu gehen. Und da sind wir bei den Bildekräften angekommen, bei den Bildekräften. Und die Frage ist ja letztlich in der Natur, woher raus werden diese Entstehungsprozesse, also warum ordnet sich zum Beispiel so ein Stoff zu einer Form? Also wie wird dieses ganze Werden? Ich habe vorher den Blick auf das Werdende angesprochen und nicht auf das Gewordene. Also und da können wir eben sehr fündig werden, wenn wir den Begriff des Äthers von Rudolf Steiner aufnehmen, uns damit beschäftigen oder eben dann auch, was eine Äquivalenz ist, die Bildekräfte. Interessant ist an der Stelle, dass sich auch Einstein zu der Sache geäußert hat. Und er hat an der Stelle gesagt, man muss sich halt dann bemühen, alles, was wir materiell kennen, also die materiellen Eigenschaften, dem Äther nicht zuzuschreiben. Und das ist eben die große Herausforderung, dass man eben das freilässt von diesen Eigenschaften, die wir schon auf der materiellen Seite her kennen. Und das ist eben die große Herausforderung, die wir schon auf der materiellen Seite her kennen. Ja, soweit diese Schritte auf dem Schnee von Claude Debussy aus dem Prélude, gespielt von Gillette Michory. Schade, dass wir es nicht zu Ende hören können. Aber Sie haben mir eben gerade einen interessanten Hinweis gegeben, Herr Hobelsberger. Also was jetzt, glaube ich, auch deutlich zu hören ist, ist, dass in dem Stück ein Interesse geweckt wird. Auf der einen Seite, wir haben eine Balance zwischen einem Interesse auf der einen Seite und auch einem Erwartungsvollen, also sich öffnen. Und da sind wir wieder bei der Kymatik. Es braucht auf der einen Seite eben dieses Zugewandtsein, aber gleichzeitig eben nicht drauf sitzen, sondern eben diesen Freiraum schaffen. Jetzt kommen wir zu etwas anderem, und zwar zu dem Farbklavier oder Farbenklavier. Also Alexander Skriabin, der ja Synesthetiker war, hatte ein großes Interesse an der Visualisierung von Musik. Und zwar hat er in seiner symphonischen Dichtung Prometheus eine Partitur für das Farbenklavier, eine eigene Stimme entworfen. Und es ist, glaube ich, nie richtig realisiert worden. Aber am 3. Februar, da können wir ein Farbklavier oder Farbenklavier... Eine Lichtorgel. Eine Lichtorgel erleben. Das heißt, Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, Musik zu visualisieren mit Farben. Also da geht es weit um mehr als nur um Visualisierung. Jetzt hole ich mal ein klein bisschen aus. Ich habe ja vorher schon den Künstler Admani angesprochen. Admani selbst war am Tchaikovsky-Konservatorium in Moskau, hat dort Kompositionsstudien betrieben bei Bataschow und ist da mit Skriabin. Und diesen Ideen auch in Kontakt gekommen, hat es ja jahrelang, viele Jahre bewegt, intensiv, wie dieses Sehen und Hören zusammenkommt. Eben die Musik als ein Kosmos von Ton, Klang, Lichtfarbe und Form. Und ich habe vorher schon mal kurz die Tonkreisbilder, die Möglichkeit der Projektion von Tönen, Akkorden erwähnt. Und das Ganze hat er einfließen lassen, Admani, in die Erfindung eines neuen Instrumentes, der Lichtorgel. Da geht es weit über die Ideen Skriabins hinaus. In der technischen Umsetzung kann man sich das so vorstellen, dass man einen Flügel hat und unter diese Klaviatur wird eine Lichtschranke verbaut. Und der Pianist kann dann eben durch sein Spiel, diese Formen werden dann erzeugt, werden gerechnet, sie werden an die Wand projiziert und gleichzeitig wird der Raum mit Farben geflutet. Und das Besondere, warum Admani jetzt dieses Instrument Lichtorgel nennt, der Künstler selbst, also der Pianist, hat nochmal ein Gerät an der Seite, was er bedient in Registern ähnlich einer Kirchenorgel, dadurch eben auch der Name Lichtorgel, wo er die Intensitäten des Lichtes und auch der Formbildung mitsteuern kann. Also er greift das selbst mit ein, sodass das künstlerische Element neben dem rein technischen die wesentliche Rolle spielt. Damit wird das Technische gehoben. Und am 3. Februar haben Sie eine Veranstaltung, wo Sie ein Konzert mit der Lichtorgel haben. Genau, das ist so. Am 3. am Sonntag ist eine Veranstaltung. Wir waren im April 2017 bereits in China. Wir hatten die Möglichkeit, im China im Museum für zeitgenössische Kunst in Peking bei einer Vernissage die Lichtorgel Weltuhr aufzuführen. Die Pianistin Nina Aristowa war mit dabei in China. Die wird auch am Sonntag dann eben dieses Konzert spielen. Sie selbst ist auch ausgezeichnete Absolventin des Tchaikovsky-Konservatoriums Moskau, hat sich ganz intensiv in die Lichtorgel eingearbeitet. Wir haben dann in Shanghai nochmal das vorgestellt und wir sind jetzt angesprochen worden im Dezember vom SWR Studio Mannheim, die gerne einen Bericht fürs Fernsehen machen möchten und haben jetzt gesagt, ja, wir veranstalten bei uns im Haus des Gesanges. Jetzt fällt der Name auch einmal. Also die Schule für Kymatik ist beheimatet im Haus des Gesanges. In Hirschhorn wird da eben ein Konzert stattfinden. Und es ist sozusagen ein Klavierkonzert, aber eben gekoppelt oder transzendiert durch diese Lichtorgel-Erfindung. Genau, also wir haben jetzt eben die Situation, dass wir eben diese Tonkreisbilder projiziert bekommen in verschiedenen Intensitäten. Wir haben die Lichtflutungen, also die Farbflutungen. Ich muss unbedingt auch betonen, dass jetzt auch die Lichtorgel, so wie sie im Moment ist, immer noch nicht am Ende ihrer Entwicklung ist. Also da, denke ich, ist noch viel an Entwicklung, wird noch geschehen. Das Ende des Prometheus inklusive des mystischen Akteurs. Von Alexander Skriabin. Eine Live-Konzertaufnahme war das mit dem SWR-Sinfonieorchester und Chören, wie zum Beispiel dem Vokalensemble Rastatt der Kamerata Vokale Freiburg und mit der Pianistin Anna Gorari. Jetzt kommen wir zu Bartok. Da gibt es ja diese Aufzeichnungen, die ersten Aufzeichnungen von Bartok und Kodayi, die rumgereist sind in Ungarn, aber auch bis in die Türkei hinein und die Musik aufgenommen haben auf Walzen. Haben Sie aus diesen mehr mechanischen Gründen oder weil die Musikkultur des Balkans, sage ich jetzt mal, so reichhaltig ist, den Bartok ausgesucht? Also das Besondere an Bartok war ja genau das, was Sie jetzt auch gesagt haben oder eine seiner besonderen Seiten. Er hat sich in Bewegung gesetzt. Er ist auf Reisen gegangen und er hat gesucht, was lebt da noch, was ist da auffindbar? Musikethnologie systematisch betrieben. Genau. Und er hat ja auch große Schätze gefunden. Wollen wir mal in die rumänischen Volkstänze hineinhören? Ja, sehr gerne. Mit dem Budapest Festival Orchestra und der Ivan Fischer. Bilabartok, rumänische Volkstänze in der Bearbeitung für Orchester mit dem Budapest Festival Orchestra unter der Leitung von Ivan Fischer. Und jetzt kommen wir zu einem Kollegen und Konkurrenten von Arnold Schönberg, der nämlich auf seinen Stempel, den er immer seiner Unterschrift zugefügt hat, geschrieben hat, Erfinder der Zwölftonmusik. Da gab es ja den großen Streit zwischen Josef Matthias Hauer und Arnold Schönberg. Und wir hören einen bezeichnenden Titel, das Zwölfton-Spiel. Das ist also weniger aus dem Geist des Expressionismus als im Sinne der Proportionen und der Skalenanordnung. Also Adorno hat ihn mal als musikalischen Uhrmacher bezeichnet. Ui, das höre ich jetzt ganz ungern. Als jemand, der sich mit Kymatik beschäftigt, da ist natürlich dann in dem Moment, wo ich das Uhrmacher höre, das Uhrwerk und das mechanische, ist natürlich ganz entschieden das Gegenteil vom Lebendigen, von dem, was sich entwickelt, von dem Prozessualen, wo auch die Unvorhersagbarkeit verbunden ist. Ich kann es nicht genau vorhersagen. Es ist eben kein mechanisches Werk. Und wie Sie jetzt vorher gesagt haben, dass Schönberg und Hauer Kollegen sind, ich glaube gar nicht, dass sie sich als solche Kollegen empfunden haben. Denn das, was sie eigentlich beschritten haben, sind eigentlich für meine Begriffe zwei vollständig verschiedene Wege. Musik von Josef Matthias Hauer, Zwölftonspiel von 1957. Wir hörten eine Musik, die selten zu hören ist. Man hört, es ist nicht diese zweite Wiener Schule, das ist ein anderer Ansatz. Also könnte man sagen, das ist ein kosmologischer Ansatz? Sie stellen mir Fragen, damit habe ich jetzt nicht gerechnet an der Stelle. Aber die Brücke, die Sie jetzt bauen oder der Blick, auf den Sie jetzt, damit haben wir ja begonnen. Wir haben ja bei Mozart mit der Jupiter-Symphonie begonnen. Ich denke schon, dass Hauer ganz was anderes im Blick hatte wie Schönberg. Also man muss vielleicht irgendwie rein technisch sagen, wenn Arnold Schönberg diese Zwölftonreihe, das sind eben alle zwölf Töne der chromatischen Tonleiter innerhalb eines Oktavraumes, die sich nicht wiederholen durften. Hauer geht einen ganz anderen Weg. Er teilt diese zwölf Töne auch beispielsweise in Gruppen ein und bildet Zentren, Anhaltspunkte beim Hören. Aber das ist natürlich eine interessante Zeit, die nach dieser alten Ordnung auch neue Ordnungen suchte, die ja auch tatsächlich vorhanden sind. Wir sind ja nicht auf Dur und Moll geeicht. Also ich denke, der entscheidende Punkt, was Sie jetzt auch angesprochen haben, war der Begriff der Ordnung, der mit der Schönheit auch verbunden ist. Wie passt denn jetzt das alte Schloss von Mussorgsky da rein? Ja, die Frage ist jetzt Gott sei Dank ein bisschen einfacher. Die Bilder einer Ausstellung, da haben wir ja auch ganz deutlich den Ansatz eines Künstlers, der sagt, ich habe was gesehen, ich schaue auf etwas und ich habe eine Empfindung und die drücke ich jetzt musikalisch aus. Wie ist dieses Wechselspiel Sehen und Hören? Und für meine Begriffe kann man das sehr deutlich eben auch erleben in dieser Komposition. Il Vecchio Castello aus Bilder einer Ausstellung von Modest Mussorgsky, ursprünglich für Klavier, bearbeitet für Orchester von Maurice Ravel mit den Münchner Philharmonikern unter der Leitung von Sergio Celibidake, also Musik nach Bildern. Genau, und da haben wir eigentlich jetzt schon den zweiten Künstler in Folge, der ein deutliches Augenmerk darauf legt, dass eben Sehen und Hören zusammenkommen kann. Wie ist die Verbindung? Ich habe vorher kurz den Begriff der Klangfarben angesprochen oder des Farbenklangs. Also es sind einfach von Seiten der Musiker, aber auch von Seiten der Maler ganz starke Bestrebungen unternommen worden, Schritte, das Verbindenelement einzuführen. Jetzt kommt der Hummelflug. Ein ganz kurzes Stück, ein Zwischenspiel, symphonisches Zwischenspiel aus der Oper oder das Märchen vom Zaren Salthan von Nikolai Rimsky-Korsakov. Wenn man jetzt diesen Hummelflug auf sich wirken lässt, dann entsteht da so eine Bewegung oder es kann eine Bewegung entstehen, dass ich sage, ist es wirklich so? Ich finde das sehr interessant, wie das musikalisch gelöst worden ist. Die New Yorker Philharmoniker unter der Leitung von Kurt Masur mit dem Hummelflug von Nikolai Rimsky-Korsakov. Ja, wir haben uns gerade auch kurz darüber unterhalten, über doch diese sehr schwierige Situation, dass wir vom Hummelsterben gesprochen haben, von der Zerstörung der Natur. Ich erlebe das deutlich in der Kymatik, dass wenn wir uns mit den Prozessen, mit dem Werdenden der Natur beschäftigen, mit dem Lebendigen, dass wir dann eben auch die Möglichkeit haben, aus diesen Erkenntnissen heraus Schritt für Schritt eine Technik zu entwickeln. Jetzt kommt bei mir vielleicht auch ein bisschen der Ingenieur dann auch mal hervor. Eine Technik, die nicht gegen die Natur arbeitet, sondern mit der Natur. Ich habe das vorher auch ganz kurz angesprochen, dass wir von Kräften sprechen, die aus der Peripherie ins Zentrum kommen. Wir kennen aus der Technik eigentlich nur die explosiven Kräfte, die also zentrifugal wirken. Und durch die Kymatik haben wir sehr deutlich die Möglichkeit, uns mit dem zentripetalen Prinzip, mit dem ansaugenden, was wir vorher zum Beispiel auch bei der italienischen Gesangsschule hatten, inhalare la voce, dass wir uns auch dort so stark auseinandersetzen und auch Erkenntnisse gewinnen, dass wir auch diese anwenden. Es geht also nicht nur rein um eine Grundlagenforschung, sondern es geht auch wirklich darum, diese Dinge einfließen zu lassen. Und der erste Schritt, wo wir momentan dran sind, ist, dass wir in der Akustik, im Lautsprecherbau, wo wir ja das zentrifugale Prinzip haben, da ist Admani als Forscher so weit, dass wir eben auch jetzt die ersten konkreten Anwendungen, dass eben dieses zweite Prinzip dazukommt, eben auch produzieren werden. Also es wird ein neues Lautsprechersystem geben. Also wir hören jetzt Admani, den Sie ja schon mehrfach erwähnt haben, Komponist und Kymatiker. Er ist Wissenschaftler, er ist Künstler, er ist Maler, aber er ist vor allem auch sehr daran interessiert, dass die Kymatik sich weiterentwickelt. Ich habe vorher gesagt, er ist Initiator des Weltkymatik-Kongresses und er ist stark in der Komposition auch tätig und er hat den Mahnengesang, einen Liederzyklus, komponiert, den wir vor einigen Jahren im Schloss Karlsruhe uraufgeführt haben. Also wir hatten das ganz große Glück, dass sich in Mannheim unsere Wege gekreuzt haben. Janice Dixon, eine wunderbare Stimme, ursprünglich stammend aus USA, hat da in der Carnegie Hall auch ihr Debüt gefeiert und sie wird da begleitet beim Mahnengesang von Jan-Roloff-Woldfuss und da sind eben sehr schöne Stücke entstanden und ich habe da Ihnen heute zwei mitgebracht. Das sagt Harald Hobelsberger und er ist der Leiter der Schule für Kymatik in Hirschhorn. Ich bedanke mich, dass Sie diese spannende Musikauswahl mitgebracht haben für die Zuhörerinnen und Zuhörer und dass Sie mir auch noch ein paar Bilder gezeigt haben. Eines muss ich vielleicht auch unbedingt ergänzen, das ist ganz wichtig. Ich denke, das ist auch interessant in Personalunion. Ich bin einer von zwei Leitern der Schule für Kymatik. Ich als Ingenieur auf der einen Seite und dann leitet mit mir zusammen Michael Heiler, der Eurythmist ist und hier ganz stark aus der Kunst kommt und das ist für uns auch eine sehr, sehr spannende Union. Die Rose ist das Welt, in dem du deine Ewigkeit in Herzen strömen in Wetten als Blüte und der Formen lässt. Du Sehne bist schon in Kraft, wenn du der Rose kraft, in dir als Geist erlebst, du Rose bist, die Rose bist, die Rose bist, die Rose, die alles handelt. Du Rose bist das Ziel, Nachdem ich meine Seele durch alles prüfend führen kann Du bist es selbst, das Bild in den Norden, den Weg zur Blüte gefunden zu haben Die Linie ist das Bild der Einheit Wann wenn du deinen inneren Blick nach außen Wänden kannst? Du lebst der Seele, den gefällt in der Ordnung, den Grund suchst und findest Du lebst der Seele, den gefällt in der Welt rein Die Hoffnung findet, du lebst der Seele, die Einheit selbst In dir kann leuchten der Wesensglanz Und du lebst der Seele, den gefällt in der Welt Und du lebst der Seele, den gefällt in der Welt Ja, im letzten Lied von Admani aus dem Mahnengesang Die Lilie ging es ja um die Schönheit und die Welt Und das ist auch ein Thema der Kymatik Sind die Texte auch von Admani? Ja, genau Also der Liederzyklis selber, der ist sehr vielgestaltet Also wir haben da Gedichte von Hölderlin, Novalis oder auch von Schiller Oder Christian Morgenstern Teilweise eben auch Kompositionen, die eingearbeitet worden sind Von Tchaikovsky oder von Grieg Aber verschiedene Titel auch sind komplett von ihm Verschiedene Stücke, wo er Text und Komposition selbst gemacht hat Janis Dixon hörten wir Gesang Und Jan Roloff-Voltuis am Klavier Und ich bedanke mich nochmals Harald Hobelsberger, vielen Dank Ja, gerne, vielen Dank Mein Name ist Burkhard Eckdorf Gleich folgen hier die Nachrichten Und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende Und ich wünsche Ihnen ein bisschen